So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke und ja, es ist wieder mal ein super toller Tag. Ihr kennt mich, wenn irgendwas ist oder so. Ich bin jemand, ich schleppe Dinge immer ewig mit mir rum, was nicht gut geht. Deswegen habe ich irgendwann begonnen, einfach, wenn mich was bedrückt, wenn irgendwas ist, wenn irgendwas Dummes passiert ist, sonst was, dann darüber zu reden. Das war damals bei der Bismarck-Wanderung. Viele haben gesagt, richtig stark, danke, dass du deine Gefühle mit uns teilst und so. So, dass du uns daran teilhaben lässt, dass du sagst, was so los ist. Viele haben mich bewundert dafür, dass ich da mich wirklich so nackt ausziehe im Internet und mir hat es auf jeden Fall gut getan. Mir ging es die Tage danach nämlich nicht gut, aber als ich mich geöffnet habe und habe darüber geredet, wurde es auf jeden Fall besser, auch durch das Feedback, was man bekommen hat oder zu sehen, dass, naja, manche Leute auch ähnliche Situationen erlebt haben oder alles und dann liest man das und dann liest man das schon mit einem kleinen Schmunzeln auch, weil man denkt, ah, kenn ich, kenn ich, genau so ist das. Und ich weiß, Pupsi findet es bestimmt nicht cool, meine Mutter findet es sowieso nicht cool, die ist gerade noch hier, ist im Nebenzimmer, hat gesagt, rauf mit dem Scheiß, sonst kriegst du gleich einen auf den Sack. Aber ich möchte trotzdem mit euch reden, denn es ist ein Thema, ihr seht es vielleicht im Titel, ich weiß nicht, wie der Titel heißt, wahrscheinlich, mein Zahnarzt hat mich angezeigt oder so. Das klingt erstmal total dumm und es ist auch dumm, aber wer in den Streams regelmäßig auch dabei ist und sowas mitkriegt, wir haben ja schon oft dann das Thema gehabt, so, wenn ich mal beim Zahnarzt war, irgendwas passt nicht, irgendwas stimmt nicht. Ich weiß nicht, was mein Zahnarzt gegen mich hat, welche Vorurteile der auffährt oder so, ich habe mich auf jeden Fall immer ungerecht behandelt gefühlt, respektlos behandelt gefühlt, wurde mit Füßen getreten, total aus dem Nichts heraus, irgendeine Stimmung da, die ich mir nicht erklären kann und deswegen möchte ich jetzt mal erzählen, was heute passiert ist und wie die ganze Geschichte dann war, seitdem irgendwie alles verkackt ist. Ich hatte heute 8.15 Uhr einen Termin bei meinem Zahnarzt. Jetzt bin ich also dahin, saß um 8 Uhr im Wartezimmer, hab da gewartet, war pünktlich wie immer, alles super und dann ist es eskaliert, sodass ich jetzt Hausverbot hab bei meinem Zahnarzt. Die Polizei da war, ich eine Anzeige bekommen hab wegen Sachbeschädigung und gleichzeitig wegen versuchter Körperverletzung und das klingt nach außen hin einfach richtig brutal und richtig krass und ich denke mir nur, was für ein blöder Schwachsinn schon wieder, aber man merkt, ich werde von solchen Dingen angezogen oder ich ziehe solche Dinge an und ich weiß einfach nicht warum. Ich weiß nicht warum, ich weiß nur, dass ich mit bestimmten Sachen einfach nicht umgehen kann. Ja, ich war auch schon oft genug mal hier bei irgendwelchen Psychologen, Therapien, sonst was, wo man immer nur sagt, ja, ich bin dann so leicht reizbar oder das regt mich so tierisch auf, dann fühlt man sich so ungerecht behandelt und dann verlierst du die Kontrolle und dann bringst du alle um und dann sagt aber die Therapeutin natürlich immer, hä, sie sind gut so wie sie sind, das liegt ja an dem Umfeld. Und es gibt immer Menschen, die so sind und es liegt an den Menschen hauptsächlich, sie können die Menschen aber nicht ändern, sie müssen einfach lernen, damit umzugehen und dass ihnen das nichts mehr ausmacht und so. Und das klappt manchmal ja ganz gut, manchmal hat man das hier da so, manchen Streams sagen die Leute ja auch, oh Ramses, ich bewundere das immer, deine Geduld und deine lässige Art, andere werden schon längst an die Decke gegangen oder werden komplett genervt und bei dir ist das immer so, du siehst das, du realisierst das und es prallt einfach an dir ab und wow, das ist wirklich was, was richtig stark ist, wo viele sagen, aber das funktioniert nicht immer. Denn wenn ich wirklich merke, dass jemand es abgrundtief böse mit dir meint und von oben herab komplett dir gar keine Chance gibt, dass du als Mensch wahrgenommen wirst, sondern nur als Fußabträder und du merkst das richtig, man hat das irgendwie im Gespür, dann ist das das Schlimmste, was passieren kann und leider trifft man solche Leute immer wieder. Aber mal angefangen, was ist eigentlich das Problem? Ich war als Kind immer bei einem Zahnarzt, das war alles super, okay, ich kann da nichts Schlimmes drüber sagen, alles in Ordnung, alles hin und her. Damals bin ich mit meiner Mutter immer zu dem Zahnarzt gegangen und das ist derselbe Zahnarzt, bei dem ich heute auch war. Irgendwann, als ich dann älter wurde, erwachsener wurde und dann auch nicht mehr zu Hause gelebt habe, aber auch meine eigene Wohnung hatte, meine Freundin da, mit der ich dann immer hin und her, alles so, also nicht Pupsi, davor alles, hat man so viel Stress auch im Leben gehabt, so viel hin und her, so viel Rumgedruckse, dass man irgendwann davon abgekommen ist, regelmäßig zum Zahnarzt zu gehen. Das ist auch manchmal ein Thema in den Streams und ich stand auch offen dazu, dass es so war, dass ich immer sage, ich war jetzt schon 10 Jahre nicht mehr beim Zahnarzt oder warte, ich war schon 15 Jahre nicht mehr beim Zahnarzt, was für manche total krass klingt, weil die sagen, man muss regelmäßig zum Zahnarzt, jeden Tag hin und her, ist das alles eine super Sache. Können sich gar nicht vorstellen, dass man schon so lange nicht mehr beim Zahnarzt war. Jetzt hatte ich Ende letzten Jahres aber ein Problem, ich habe immer wieder gemerkt, dass ich Schmerzen auf einmal habe. Ich habe Schmerzen im hinteren Backenzahn hinten links irgendwo, dachte ich, ist Backenzahn irgendwas, keine Ahnung. Ich habe gedacht, oh mein Gott, du musst zum Zahnarzt, es hilft alles nichts, du warst jetzt so lange nicht dort, du warst aber immer bei dem einen, musst wahrscheinlich also auch wieder zu dem einen, weil die haben trotzdem deine Unterlagen, die kennen dich irgendwo, sich bei einem Fremden anzumelden, geht wahrscheinlich eh nicht, wie so häufig. Du gehst also zu diesem einen Zahnarzt wieder hin. Habe ich also angerufen, habe das Problem geschildert, habe gesagt, hier, ich habe da so starke Schmerzen und Probleme und das ist jetzt auch schon wochenlang und ich halte es langsam nicht mehr aus. Ich haue mir da einen Schmerzmittel nach dem nächsten rein, auch von der Apotheke, von sonst was, vom Hausarzt empfohlen, der aber auch sagt, Zahnarzt muss her, muss auf jeden Fall gemacht werden. So, rufst du da also an, ist eine nette Dame da, die dann auch sagt, ja, momentan können wir keine Termine geben, wir sind überfüllt und sie können aber morgen gerne frühs reinkommen, sich hier reinsetzen, dann schauen wir mal, dass wir sie irgendwo zwischenschieben können, das wäre alles kein Problem. Habe ich gedacht, okay, klingt ja gut. Wenn ich keinen Termin habe, ist klar, Wunder kann ich nicht erwarten, wenn ich einfach irgendwann drankomme, passt das, ich habe Zeit, ich bringe Zeit mit, also alles kein Problem. Habe ich vollstes Verständnis dafür. Bin also los, dahin, stelle mich vor, hallo, ich wollte zum Arzt, ich hatte gestern angerufen, sitzt natürlich eine ganz andere Dot und sagt gleich, hä, ja, wir haben nichts frei, also wenn sie keinen Termin haben, dann können sie gleich wieder gehen, weil, äh, was denken sie denn, wie es hier zugeht, also, wir sind überfüllt, der Arzt ist auch nicht da, wir haben sonst was, keine Ahnung, bla bla bla, wir sind ja nicht bei Wünsch dir was, ist ja immer der Lieblingsspruch von allen. Wir können sie heute nicht rannehmen. War ich ein bisschen verdutzt, weil ich ja trotzdem gesagt hatte, hm, die Kollegin hat doch gemeint, gestern noch, äh, ich kann einfach reinkommen und mich reinsetzen, das passt schon. Jetzt sagt die andere Kollegin, was ich denke, wer ich bin, dass ich hier einfach ankomme aus dem Nix und denkt, dass ich hier behandelt werde heute oder was, das geht ja mal gar nicht, also, wo ich mir dieses Recht hernehme, fand ich schon ein bisschen forsch und ein bisschen, dass da keine Absprache da ist, fand ich komisch. Bin ich also wieder heimgegangen, habe ich, äh, trotzdem bei einem anderen Zahnarzt angerufen, habe gedacht, rufst du jetzt hier an, fragst du mal, wie sieht's aus, ich habe da so schlimme Schmerzen, kann ich da vielleicht mal vorbeikommen, können wir da irgendwas machen, hin und her, ging's gleich. Wo sind sie denn bisher gewesen? Wenn sie mal beim Zahnarzt waren, da, ja, dann müssen sie da hin. Da habe ich gesagt, ja, aber die haben gesagt, die haben keine Zeit, keine Termine und, äh, das können sie nicht machen, ich soll woanders hin am besten, so irgendwie, ne. Jetzt haben die gesagt, das stimmt aber nicht, das geht nicht, ich kann nicht einfach woanders hin, ich muss zu meinem Zahnarzt, zu dem ich sonst immer gegangen bin und das ist auch seine Pflicht, mich zu behandeln und mich dran zu nehmen, die dürfen mich gar nicht wegschicken. Oder sie müssen mir wenigstens, äh, eine Überweisung für was anderes geben oder keine Ahnung. Jetzt bin ich also wieder zu meinem Zahnarzt, habe da angerufen und habe gesagt, hallo, ich wollte jetzt woanders hin, die haben gesagt, ich darf nicht woanders hin, ich muss zu ihnen gehen. Da haben wir gesagt, ja, dann, dann machen wir halt jetzt einen Termin, da kommen sie einfach in zwei Tagen und ich dachte, hm, ich dachte, das ist kein Platz, das ist nix, gut, dann komme ich halt dann dahin, sonst was. Haben wir uns das angeschaut, dann stand schon fest, okay, der Zahn ist kaputt, das ist ein Weisheitszahn, der muss gezogen werden, aber wir können das nicht hier in der Praxis und der Doktor schaut mal drüber und wahrscheinlich werden sie dann an eine Spezialklinik geleitet. So kam der Doktor rein, das erste Mal, dass ich den Herrn Doktor wieder gesehen habe. Ich habe gesagt, hallo, ja, hier mein Zahn und so, der macht da jetzt Probleme. Und schon gleich habe ich diese dämonische Aura gespürt, weil der Zahnarzt, da waren ja nur lauter junge Dinger da, der Zahnarzt schon gleich so, ja, was soll ich da jetzt machen, so, ja, so richtig so, was soll ich da jetzt machen, sowas machen wir hier gar nicht, sowas machen wir nicht, das hat mit mir nichts zu tun, ich kann ihnen höchstens eine Überweisung geben und dann ist das Ding für mich vom Tisch. Ich sagte, ja, wenn das so der Weg ist, die andere Dame wusste ja nicht, ob das hier in ihrer Klinik gemacht werden kann oder man eben wenigstens eine Überweisung kriegt woanders hin. Wenn sie mir eine Überweisung geben, dann ist doch okay, dann kann ich ja mit einer Überweisung dann dort woanders hin und dort was machen. Ja, soll ich ihnen dann jetzt einen Termin machen und eine Überweisung geben oder nicht? Ja, na, wenn sie das jetzt hier nicht machen, dann brauche ich doch eine Überweisung und wenn ich mir da, wusste ja nicht, ob ich mir dann selber was suchen muss, wo das ist, oder sie das vermitteln, ja, sie können sich auch selber was suchen. Wenn sie da jemanden haben, der das bei ihnen macht, wenn sie einen Zahnarzt kennen, der das privat macht bei ihnen, dann brauche ich nichts machen, dann können sie das machen und habe ich doch nicht gemeint. Ich habe nur gedacht, vielleicht manchmal kriegst du eine Überweisung und hast die freie Wahl, ob du jetzt dahin gehst oder dahin oder dahin oder so weiter. Jetzt habe ich dann ihm das so überlassen. Er hat dann also einen Termin irgendwo gemacht und hat dann nur gesagt, ja, Termin ist gemacht, morgen früh, zack, fertig. Ob sie hingehen oder nicht, das ist ihr Problem. Das kann ich nicht ändern. Habe ich wieder nicht verstanden, dass wieder so geredet wird und gleich dir dieser schwarze P dazugeschoben wird, dass du da ja eh nicht hingehst, ja. Weshalb denn? Ich bin hierher gekommen, weil ich hierher bestellt wurde. Ich hatte einen Termin gekriegt, bin zu einem Termin gekommen. Ich soll mir eine Überweisung holen, dass mir eine Überweisung geben. Aber es wird dir ständig, jedes Mal unterstellt, dass du keinen Bock hast, dass du das gar nicht willst oder irgendwas, was mir nicht in den Kopf geht. Da habe ich gesagt, aber ich bin doch hier, weil ich doch möchte, dass das gemacht wird. Und wenn das bei Ihnen nicht ist und dort ist, dann gehe ich halt dorthin. So, bin ich also dann dorthin irgendwann, pünktlich zu meinem Termin. Das haben ja auch einige mitgekriegt. Da gab es auch einen Community-Raid damals, den ich dann erst später machen musste. Noch nachdem der Weisheitszahn gezogen wurde, alles betäubt wurde, ich noch mal eine Stunde wieder nach Hause gefahren bin. Dann stand ich da mit einem blutenden Mund, habe den Community-Raid gemacht, wo alle gesagt haben, krass, Alter, nach dem Weisheitszahn, da liegen andere erst mal drei Tage im Bett und der macht hier gleich Community-Raid und weiter sein Ding. Ja, warum nicht? Also wenn es auszuhalten ist, ist es natürlich auszuhalten. Dann haben die natürlich gesagt, die dort in der Klinik waren, die waren ja total freundlich, fand ich richtig nett und alles. Die Weiterbehandlung macht trotzdem meinen Arzt und dass ich bitte die Woche drauf natürlich wieder zu meinem Arzt soll und mein Arzt sich das anguckt und mein Arzt jetzt alles weiter übernimmt. Haben also die Nachbehandlung gemacht auch und bei jedem Mal kam immer wieder die Frage auf, ja, wollen Sie eigentlich noch einen Termin oder brauchen Sie keinen mehr? Und ich habe gesagt, na, wenn wir noch einen machen können, dann können wir doch einen machen und ja, jetzt müssen Sie sagen, ich kann Sie nicht dazu zwingen, Termine zu machen. Und warum er immer so redet, ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Haben wir also das alles gemacht, es ging über die Weihnachtszeit hinweg, dann sonst wie, es ist auch alles verheilt, es ist immer besser geworden, es gab immer noch ein paar Schmerzmittel hin und her, jetzt ist alles wieder super, wunderbar, aber jedes Mal so ein närrisches Verhalten und ich kann es mir einfach nicht erklären. Dann war Termin im neuen Jahr, okay, ich sollte hin, neues Jahr, Termin, wir wollen mal Kontrolle machen hier, da war der Arzt gar nicht da, die anderen haben geguckt, haben gesagt, ja, wir können mal ein bisschen Zahnsteine entfernen und so, unten, oben, machen wir alles mal, kein Problem. Jetzt saß ich beim Zahnarzt, da war ich in Aja auch noch hier, ich bin frühst dahin gefahren, Zahnstein entfernen, unterste Reihe, ich hatte Schmerzen. Ich hatte bisher jedes Mal, wenn Zahnstein entfernt wurde, selbst als kleines Kind oder so, Schmerzen. Ich kannte das nicht anders, ich wusste nicht, dass das anders ist, sein kann, oder dass das untypisch ist, dass man da Schmerzen hat. Das war auch ein Thema im Stream, wo man mal gefragt hat, ob Zahnstein entfernen wehtut. Ähm, ich habe also da gesessen, ich hatte tierische Schmerzen, es hat so gezogen, mein Nerv und alles, ich habe gedacht, ich sterbe, ich habe eine kalte Stirn gehabt, mir wurde richtig schwindelig, alles hat sich gedreht. Ich habe gesagt, als sie gesagt hat, wir sind unten fertig, wir gehen jetzt oben in die Reihe, Moment, kann ich kurz mal aufs Klo, weil, oh, und hat gesagt, ja, dann stehen Sie mal kurz auf, ich bin aufgestanden, mir sind die Beine weggesackt, ich bin halb zusammengebrochen. Die vorne, die hat schon geschrien, oh, Herr Hess, passen Sie auf, halten Sie sich fest. Ich habe gedacht, boah, Junge, mich haut es gerade richtig um, einfach, weil der ganze Kreislauf zusammengesackt war, einfach, weil es so wehgetan hat. Ich habe auf der Toilette da gehangen, mir ging es schlecht, die haben dann gesagt, ja, wir können heute nicht weitermachen, dann machen wir das beim nächsten Mal, dann machen wir oben dann beim nächsten Mal vielleicht den Zahnstein weg, außerdem sind unten zwei kleine Löchlein, wo wir vielleicht eine Füllung reinmachen können. Gut, Termin gemacht dann, fürs nächste Mal, wir hatten das Thema nochmal im Stream mit dem Zahnstein, die meisten Leute haben gesagt, das ist vielleicht unangenehm, aber das tut auf jeden Fall nicht weh, das ist eigentlich nicht mit Schmerzen verbunden. Wurde auch privat angeschrieben dazu, Pupsi hat auch gesagt, nee, da hat man doch keine Schmerzen, unangenehmes Gefühl, ja, aber keine Schmerzen. Jetzt ist wieder dieses Thema da, warum habe ich jetzt Schmerzen? Ist irgendwas, stimmt irgendwas mit meinem Nerv nicht, sonst was, ist irgendeine Überempfindlichkeit da, ich bin ja ein sehr emotionaler Mensch, ich bin sehr sensibel hin und her, wenn ich mal einen Film mit meiner Freundin gucke, sitze ich da und muss mich zusammenreißen, dass ich nicht weine und total, weil es mich so auffühlt im fröhlichen Sinne, wie auch manchmal im tragischen, traurigen Sinne, ich bin da so übelst drin dabei und vielleicht auch das, dass ich das einfach so extrem wahrnehme und das bei mir eben Schmerzen verursacht, weil man so überempfindlich ist. Vielleicht hängt das damit zusammen, aber ich dachte immer, das ist so normal, weil ich es ja nicht anders kannte. Und erst als dieser Zusammenbruch da war, kam dieses Thema auf und von den anderen Leuten hört man, das ist nicht so. Ich habe also gedacht, okay, kein Problem, gehst du dann dahin, hast ja heute deinen Termin, da wollen sie ja weitermachen und du kannst ja deinen netten Zahnarzt gleich auch nochmal fragen. Und wie das jetzt ist, er kennt sich ja aus, ob das normal ist, dass man Schmerzen hat oder ob er auch sagt, dass man normalerweise da gar keine Schmerzen hat. Ich also mich reingesetzt, der Arzt kam, ich habe mal eine Frage ganz kurz. Ist es normal, dass man, wenn man einen Zahnstein entfernt kriegt, Schmerzen hat? Weil beim letzten Mal es ja wirklich so wehgetan hat, dass mein halber Kreislauf zusammengebrochen ist und jetzt andere sagen, das ist nicht normal. Und ich meine, sie kennen sich da ja sicherlich aus, sie sind ja Zahnarzt, vielleicht können sie mir mal ihre Meinung dazu sagen. Und was soll ich jetzt dazu sagen? Was wollen sie von mir? Und was ist denn überhaupt Schmerz? Da muss man ja erstmal das Wort Schmerz definieren. Also für den einen ist das ja wie, für den einen ist ein Haar in der Suppe viel und ein Haar auf dem Kopf wenig. Also da muss man ja hier und dann, warum soll das wehtun? Das sind ja, das ist ja Kalk, das ist Kalk, das ist eine Ablagerung. Das ist ja wie beim Geschirr, das ist ja wie bei einem Topf. Also das ist ja, du hast da was und das ist ja nirgendwo wissenschaftlich oder irgendwie biologisch erwiesen und gemacht, dass das irgendwo mit einem Nerv zusammenhängt oder irgendwie Schmerzen verursachen kann. Also das ist wahrscheinlich Einbildung, ist das bei ihnen. Aber mehr ist das wahrscheinlich nicht. Also das kann ja gar nicht sein. Und dann dachte ich kurze Zeit, er ist Oliver Kahn. So eine Mischung aus meinem Zahnarzt und Oliver Kahn. Und ich habe gesagt, okay, okay, okay. Naja, aber dann haben sie das ja gerade bestätigt, dass das eigentlich gar nicht wehtun darf. Aber wenn es doch wehtut, dann weiß ich für mich, dass ich vielleicht doch mal irgendwie danach gehe und vielleicht mal zu einem Nervenarzt gehe oder so, der Nerven untersucht und der vielleicht irgendwie gucken kann, was mit mir nicht stimmt, mit meinem Körper nicht stimmt, dass ich da solche extremen Schmerzen habe, die nicht normal sind. Und eigentlich dachte ich, damit ist das Thema jetzt erledigt. Aber er hat sich direkt wieder angegriffen gefühlt. Und was das soll? Und da brauche ich doch nicht zu einem Arzt gehen. Was für ein Arzt soll er denn jetzt was machen, wenn ich da mir irgendwas einbilde oder irgendwas habe? Oder das ist, das hat nichts mit Nerven zu tun. Das hat mit gar nichts was zu tun. Und das ist auch nicht so. Und fertig. Und ob ich überhaupt Bock hätte, heute hier zu sein und ob er überhaupt mich behandeln soll. Ja, das ist die Frage eigentlich gerade, die im Raum steht. Ich habe gedacht, ja, klar, sollen sie mich behandeln. Ich sitze ja hier, um behandelt zu werden. Deswegen bin ich ja pünktlich zu meinem Zahnarzttermin gekommen, damit sie mich behandeln können. Und deswegen sitze ich jetzt hier. Sonst wäre ich ja jetzt nicht da, ne? Aber das war auch schon wieder wahrscheinlich zu respektlos in seinen Augen von mir gegenüber ihm, sodass er dann mit seinem Stuhl zurückgerutscht ist und hat gesagt, jetzt passen sie mal auf. Ich entscheide hier, wen ich behandle und wen ich nicht behandle. Und wenn ich sie nicht behandeln möchte, dann ist das auch so. Und ich denke mal, an dieser Stelle können wir das ganze Ding hier auch abbrechen. Ich werde heute nichts machen. Sie können die Praxis jetzt verlassen und können gehen. So. Denn ich habe keinen Bock, mir das jedes Mal mit ihnen anzutun. Habe ich wieder nicht verstanden, weil ich habe doch einfach nur eine Frage gestellt, die mich persönlich interessiert hat, was mir jetzt so bewusst geworden ist und dachte, er kann mir da helfen. Aber ich habe ihm auch nochmal erklärt, ich habe ja nicht gesagt, dass sie dran schuld sind, dass das weh tut. Ich habe auch nicht gesagt, dass sie das jetzt richten müssen. Ich habe einfach nur, das hat mit der Frage nichts zu tun. Es ist einfach nur, es ist meine Praxis. Ich entscheide hier, was ich mache und was nicht. Und wenn ich das jetzt heute nicht möchte und das jetzt nicht mehr mache, dann ist das so. Dann verlassen sie die Praxis jetzt und da braucht man gar nichts zu diskutieren. Sie brauchen gar nichts mehr zu sagen. Gehen Sie jetzt einfach raus. Habe ich nicht verstanden, hat mich wieder erinnert an das Ding letztens mit dem Netto und dem Hausverbot so, dass die Leute halt immer gleich so das Menschliche vergessen und immer gleich so total irgendwie. Und das ist halt was, was mich dann aufregt. Ich habe nochmal dann, das hat mich schon sehr, habe ich gesagt, warum denn? Ich habe doch nur hier gesessen und habe gerade nur eine Frage gestellt. Das hat nichts mit ihrer Frage zu tun. Nochmal, dann wurde das so hin und her, so ein bisschen aufschwappend gewesen, hat sich alles ein bisschen hochgeschaukelt. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Ich werde es auch nie verstehen. Er will es mir auch nicht erklären. Ich denke halt wirklich einfach, er hat irgendein persönliches Problem mit mir. Ihm passt meine Nase nicht oder meine Augen oder meine Lippen. Keine Ahnung, was weiß ich. Als ich ein kleiner Junge war, da war das auf jeden Fall nicht so. Und jetzt, wo ich halt ich bin, dann ist es halt plötzlich, bist du la. Auf jeden Fall wurde es dann so laut und so eklig und so scheiße und seine Ausführungen auch immer dreckiger, dass ich dann wutentbrannt, wie ich so bin, aufgestanden bin. Beim Aufstehen sein, dieser Tisch, dieser Hängetisch, der hängt ja da immer so vor deiner Nase, wo dann hier die Sachen draufstehen. Da die Wattebausch und hier diese, mal so ein, die Instrumente halt, ja. War ich so wütend, was das schon wieder soll. Ich kann mich da nicht zurückhalten. Und das wird mir jedes Mal zum Verhängnis, dass ich im Aufstehen diesen Tisch von mir weg gedrückt habe. Und dann ist er natürlich hinten, zack, ange, das bewegt sich ja so, dann stößt das an und dann sind da halt so ein paar Sachen vom Tisch gefallen. Und ich dachte, gut, dann gehe ich jetzt und ich habe mir schon geschworen, und ich werde nie wieder hierher kommen. Es ist jedes Mal das Letzte. Es ist jedes Mal zum Kotzen. Du stehst also auf, schiebst den Tisch weg. Da hat er auch die Kontrolle verloren, weil ich ja natürlich sein Spielzeug kaputt gemacht habe, was ja nicht kaputt ist. Es ist halt einfach, es ist halt runtergefallen. Okay, ja mein Gott. Man hätte es jetzt einfach aufheben können oder man hätte sagen können, na, jetzt gibt es nachträglich eine Anzeige wegen Sachbeschädigung oder sowas. Aber er wollte die Dinge selbst in die Hand nehmen. Das heißt, ich bin also aufgestanden, seine Sachen sind runtergefallen, ich habe so einen Hals gehabt und diesen gleichen hat er sich natürlich dann auch gleich geschnappt, weil er sich dachte, pass auf, von dem kleinen Burschi lasse ich mir hier doch nicht auf der Nase rumtanzen, kam also gleich auf mich zugesteppt, jetzt reicht's, hat mich am Kragen gepackt, hat mich am Schlawittchen gepackt, hat mir halb die Luft abgedrückt, hat mich festgehalten und hat schon zu der Assistentin, die dabei war, gesagt, ruf die Polizei. Weil sein Besteck runtergefallen ist. Und dann dachte ich, für was jetzt Polizei? Für mich wäre ein normaler Ablauf eigentlich, okay, da war ein Patient da, der ist voll kacke, den lassen wir hier nicht mehr rein, du hast jetzt Hausverbot, du brauchst hier nicht mehr kommen, wäre ich auch nicht mehr gekommen, ist die Sache gegessen. Wenn man jetzt Angst hat, dass dieser schwerreiche Zahnarzt sein Equipment da, sein, was runtergefallen ist, was kaputt ist, okay, kann ich nicht nachprüfen, weiß ich nicht, hätte er dann die Polizei holen können, gucken sie hier an, da liegt was auf dem Boden, das hat der Herr runtergeworfen, das ist der Herr so und so, wir haben ja alle Daten hier bei uns, wir wissen ja ganz genau, wer das ist, hätten sie das halt gemacht, hätte ich irgendwann eine Vorladung gekriegt, dass ich da hingehe, dass dann meine Aussage dazu mache, was an dem Tag war, wäre doch alles glimpflich verlaufen, so. Aber anstatt, obwohl ich das Gebäude verlassen soll, mich einfach gehen zu lassen, hat er ja lieber den Entschluss gefasst, mich festzuhalten, mich anzupacken, mir die Luft abzuschnüren, mich gefangen zu halten sozusagen und in diesem Moment, wo er mich so gegriffen hat und zugepackt hat, habe ich gedacht, ich werde nicht mehr und habe mich natürlich losgerissen von ihm, habe ich seine Hand genommen, habe ich seine Hand von mir weggeschoben, ihn weggeschoben und dann ist er hingefallen. Ich habe ihn nicht geschlagen, ich habe ihn nicht getreten, ich habe einfach nur seinen Griff von mir gelöst und ihn von mir weg, dass der mich loslässt, weil ich das nicht wollte, weil mir das auch unangenehm war, weil ich, ich habe ja eh Asthma, bin Asthmatiker, sonst was, wenn da einer kommt und der hier die, das geht nicht, das ging nicht, er hat so einen Kapuzenpullover an, der ist sowieso hier so eng und das war mir zu viel, so jetzt fällt er so hin und während er im Fallen ist, ruft er das zweite Mal wieder zu seiner Kollegin dann, ruf jetzt an, ruf die Polizei sofort, der geht hier nicht mehr raus. Dann kam durch die anderen Türen, kam da eine andere Mitarbeiterin und eine ältere Dame, Frau, alles so und dann, oh mein Gott, oh mein Gott, der liegt am Boden. ich weiß nicht, was sie dachte, was dann gerade passiert ist oder so, dass er da liegt, weil, vielleicht ist er über seinen eigenen Fuß gestolpert, ich weiß es nicht, hat mich dann gefragt, was das soll, warum ich ihn denn hier, äh, angreife und da habe ich gesagt, wie ich, er hat mich angegriffen, ich habe mich losgerissen und mich gewehrt, weil er mich angegriffen hat. Dann ist er jetzt so lange zur Tür gelaufen dort, wo es raus geht, hat sich hingestellt, hat vorne der auch nochmal Bescheid gesagt, ruf jetzt die Polizei, ruf jetzt die Polizei, die müssen jetzt kommen, das muss jetzt hier, der geht hier nicht raus, sonst was und ich war theoretisch also in dem Sinne gefangen, obwohl ich ja eigentlich das Gebäude verlassen sollte, war ich dann in dem Sinne gefangen. Auf der anderen Seite hätte er mich ja gar nicht gefangen nehmen müssen, denn ich bin ja so einer, das habe ich ihm auch gesagt, er braucht keine Angst haben, dass ich jetzt hier verschwinde oder abhaue, weil ich bin jemand, der stellt sich den Ding. Da hat er mich ausgelacht, ja, er hat mich ausgelacht und, du stellst dich den Ding, da war der total, also weiß ich nicht. Erst hier oben, dann hier unten, dann wieder hier oben, so ein, so ein richtiges Arsch, einfach nur. Ja, dann stand er da, ich sollte die Klinik nicht verlassen, durfte die Klinik nicht verlassen, dann stand er dann auch vor der Tür, nachdem er mich erst festgehalten hat, ich mich losgerissen habe und er dann die Tür blockiert hat und alle einen in Schach gehalten haben, sozusagen. Habe ich aber gesagt, darf ich wenigstens mal auf die Toilette gehen, ja, darf ich mal auf die Toilette gehen. Denn jetzt kommt der perverse, eklige Teil, den man gar nicht erzählen muss, aber in diesem Gerangel, als er mich da festgehalten hat, ich habe jedes Mal frühs, wenn ich auf, es war der Termin, war ja frühs, musste ich auf die Toilette und habe dann immer hier mächtigen Durchschiss vom vielen scharfen Essen und in dem Moment, wo er mich festgehalten hat und rumgezerrt in der Rangelei, da ging es einfach, dann habe ich mir halb in die Hose geschissen, weil ich das in dem Moment nicht halten konnte und ich auch total, ich habe gezittert überall, ich hatte voll den Schock und sonst was und dann stand ich da so da und habe gemerkt, verdammt nochmal, jetzt habe ich mir hier voll das Produkt in die Hose gebreddert und darf ich dem wenigstens mal auf die Toilette gehen. Der wollte mich nicht rauslassen, nein, du darfst nicht hier und da, ach, das ist ein Trick oder irgendwas, ich habe dann darauf bestanden, dass ich auf die Toilette möchte, ich werde auch nicht abhauen, weil ich stelle mich doch den Ding, hat er mich natürlich wieder ausgelacht, bin auf die Toilette, habe dann erst mal meine Unterhose sauber gemacht, alles hier, Waschbecken rein, abgeschrubbelt, alles hin und her, in der Zwischenseite habe ich natürlich gehört, wie die Polizei dann kam, wie sie vor der Toilettentür standen und ich dachte halt, die klopfen dann mal und sagen, hey, kommen sie mal raus oder sind sie bald fertig oder irgendwas, nein, dann hörst du, wie die plötzlich anfangen und fragen die Angestellten, ob es ein Fenster dort in dem Badezimmer gibt und auf der Toilette und die anderen sagen, ja, hinten raus ist ein Fenster und ich habe gedacht, was machen die denn jetzt, jetzt kommen die da hinten rein und stürmen dort lang oder irgendwas, ich stehe hier, mache meine verschissene Unterhose sauber, weil ich mir da reingeschissen habe und es gestunken hat und ich mich da überall abwaschen und abdingsen musste und sauber machen und das war so unangenehm und so räudig, einfach nur alles und als sie dann über das Fenster geredet haben, habe ich die Tür aufgeschlossen und gesagt, hallo, ach da, der Herr Hess, kommen sie mal raus, ich habe gesagt, warum klopfen sie denn nicht oder sagen was, ich mache gerade hier meine Hose noch sauber und dann sonst, ja, kommen sie mal raus, kommen sie mal raus und dann kam eine Frau vom Wartezimmer, das war ja alles direkt, hier ist das Wartezimmer, hier ist die Toilette, wir stehen hier rum und da war mitten vor den anderen Leuten alles, noch unangenehmer, ja und dann sollte ich raus, da kam eine Frau, hat gesagt, sie muss mal aufs Klo, die machen die Tür auf und die Frau gleich, ist das widerlich und dann haben alle gelacht und ich habe gedacht, ja, sorry, das habe ich mir jetzt nicht ausgesucht, das war der Angstschiss wahrscheinlich, weil ich dachte, er will mich umbringen oder so, es klingt jetzt vielleicht irgendwie lustig und total, naja, aber es war in dem Moment, war das einfach, die Hölle, das war einfach richtig beschissen sozusagen und dann kommen die und reden die und die einen fragen dich und du erzählst da gerade eine halbe Stunde, wie die ganze Zeit schon das war, wie der die ganze Zeit zu dir ist, wie bei jedem Termin immer wieder, wir können sie nicht zwingen, zum Termin zu kommen, sie müssen wissen, ob sie überhaupt einen neuen Termin möchten und ja, wenn sie nicht kommen, dann können wir es auch nicht ändern und immer wieder solche Aussagen und permanentig niedergedingst, bis dann plötzlich die Behandlung verweigert wird, und du das sitzt und es nicht verstehst, was ist denn sein Problem jetzt und dann kamen zwei andere raus, muss ich sagen, der zweite Kollege, also das, da standen zwei, zwei andere kamen von drin und dann sollten wir vor die Tür und dann hat der andere Kollege geredet, der war auf jeden Fall sehr nett, sehr freundlich und dann standen zwei Sixpacks halt schon wieder vor der Zahnarztpraxis und der hat mit mir geredet, ich habe gemerkt, der hat auch wirklich Interesse gehabt, beide Seiten zu hören, der hat nicht vorverurteilt gleich und gesagt, naja, der nette Herr hier und der Drecksjugendliche, da wissen wir ja schon, was los ist, nee, der hat einem zugehört und sonst was und hat auch gesagt, vielleicht gibt es da irgendeine Vorgeschichte dazu oder irgendwas mal ein Auslöser, seitdem das Verhältnis dann angespannt ist, ich habe wieder gesagt, ich weiß es nicht, ich kann mich nicht erinnern, ich war jetzt in tausend Jahren nicht mehr hier, ich bin jetzt wieder hergekommen, dann als ich da Probleme hatte und seitdem sind die Leute so richtig mies zu einem und behandeln einen wie sonst was. Der Polizist hat mich dann auch informiert, dass mein Zahnarzt jetzt also eine Anzeige gemacht hat wegen versuchter Körperverletzung und wegen Sachbeschädigung, wofür ich dann auch irgendwann noch eingeladen werde und mich dazu äußern kann, was schon wieder blöd ist, weil man wurde ja letztens erst eingeladen da wegen einer goldenen Meile und denkt ihr, ich möchte das, ich suche mir das aus, ich bin im Umzugsstress gerade, ich versuche irgendwie jedem gerecht zu werden, ich will einfach nur mein Leben leben und irgendwie jetzt da das, den Rest auf eine Reihe kriegen und versuchen hier mit dem Zeugs klar zu kommen und bla bla bla, das Geringste, was ich möchte, ist jetzt noch ständig immerzu irgendwo so ein Pups, aber du musst ja an meiner Stelle schon Angst haben, egal wo du hingehst, dass es wieder eskaliert, dass wieder was ist. Na gut, das ist ja dann wieder meine Schuld, aber auf der anderen Seite, ja, ich habe den Fehler gemacht, als er mich so provoziert und in die Enge getrieben hat, dass ich nicht innegehalten habe, sondern vor Wut diesen Tisch weggeschoben habe, das war mein Fehler, das gebe ich zu, ohne das wäre wahrscheinlich nichts passiert, er hätte mich weiter erniedrigt, den nächsten Termin gemacht, mich weiter erniedrigt, weiter erniedrigt, aber irgendwann wäre es dann vielleicht doch rausgeplatzt und deswegen, ich finde es total Mist, dass Menschen andere immer so sehr in die Enge treiben und so drauf treten permanent, sich dann aber wundern, wenn der andere explodiert oder zurückschlägt oder irgendwas macht. Das ist ganz gefährlich und das ist, denkt mal drüber nach, wenn ihr so jemand seid, lasst das, ihr wisst nie, wie der andere drauf ist oder reagiert oder sonst was und dann platzt dir irgendwann der Kragen und so wie mir der Kragen geplatzt ist, platzt ihm aber auch der Kragen, denn der hätte ja auch einfach, okay, der hat das umgeschmissen, raus, Bausverbot, kriegst keinen Termin mehr und dann hätte er ja eine Anzeige machen können oder hätte es einfach lassen können und hätte es wieder aufgehoben. Dann aber handgreiflich zu werden, einen anzugreifen und an die Kurgel zu gehen, das, nee. Dann werde ich wohl das Recht haben, mich davon zu lösen und seine Hand wegzudrücken und ihn zu, wegzuschieben, um davon wegzukommen, alles, dass er die Polizei holen wollte, das kann er ja machen, das habe ich ja schon bei dem anderen gesagt, dann machen sie das, dann möchte ich das jetzt geklärt haben, was jetzt eigentlich überhaupt das Problem ist, warum das so ist. Ich weiß nicht, wie das jetzt ausgeht, ich weiß nicht, was das ist, ich war jetzt eben selbst auch nochmal auf der Polizei und dann auch gleich gesagt, ja hier, ich möchte dann auch gleich eine Gegenanzeige machen, weil es läuft ja alles leider nur noch so ab. Normalerweise würde ich jetzt gar nichts machen. Auf der anderen Seite sieht man ja, wenn du nichts machst, aber er ja eigentlich dich zuerst angegriffen hat, vielleicht wird dann in Frage gestellt, wenn er sie angegriffen hat und sich nur gewehrt hat, wieso haben sie ihn denn dann nicht angezeigt, das liegt uns keine Anzeige vor, da wirst du ja schon total paranoid und total bescheuert, weil du denkst, weil du das nicht gemacht hast, vielleicht wird dir das dann noch nachteilig ausgelegt, weil er hat ja auch eine Anzeige gemacht, obwohl ich mich nur gewehrt habe, zeigt er mich daraufhin an. Also warum mache ich dann keine Anzeige, dass er mich überhaupt angegriffen hat? Ich würde das niemals machen. Wenn er nichts gemacht hätte, hätte ich auch nichts gemacht. Aber da könnte man wieder denken, ja, wird so ausgelegt. Nur weil er dich angezeigt hat, zeigst du ihn an. Normal hast du gar kein Recht, den Anzeige. Also es ist egal, was du machst, egal wie du es wendest, egal wie du es drehst, es ist doch sowieso einfach komplett falsch. Immer. Komplett. Was halt komisch ist, bei den ganzen Behandlungen, die ich jetzt so hatte dort, seit eben dann Ende letzten Jahres, war ich bestimmt fünf oder sechs Mal dort, wenn die Kolleginnen da waren dann und wenn ich drin war und alles und bei der Behandlung und bei dem Ganzen, es hat immer gepasst, als sie da hier das genäht haben, als sie die Nähe entfernt haben, als sie die Wundversorgung immer gemacht haben, als sie das mit dem Zahnstein, es gab nie Probleme, es gab nie Komplikationen, es gab nie Streit, es gab nie Stress. Es war immer okay. Außer, wenn er selber, er, der große, mächtige, legendäre Endboss-Gegner da war, dann war jedes Mal alles scheiße, alles richtig eklig und du hast dich jedes Mal gefühlt, als bist du im falschen Film. Und dann sehe ich nicht, dass ich das bin, sonst hätten die alle anderen ja auch nur Stress mit mir gehabt und ich denke, es ist er, es ist seine Art und ich habe halt ein Problem mit solchen Arten. Ich komme auf solche Arten einfach nicht klar. Ja, ich kann seine Art nicht ändern. Ich muss lernen, mit solchen Arten klar zu kommen. Für diesen Fall ist es jetzt zu spät. Vielleicht haben manche Leute ja Tipps, wie man mit sowas am besten umgeht, was man in so einer Situation machen würde oder hier können wir schreiben, wie hättet ihr denn reagiert, dann werdet ihr einfach rausgegangen, hättet euren Kopf gesenkt, und hättet gedacht, ach Mann, naja, dann komme ich halt beim nächsten Mal, wenn ich darf und dann tue mich halt wieder erniedrigen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Nee, der nimmt die jedes Mal und zerdrückt die mit seiner Hand und spuckt drauf und ich verstehe es nicht. Was hättet ihr gemacht? Wie seht ihr das Ganze? Habt ihr auch schon mal sowas erlebt? Wie zufrieden seid ihr mit eurem Zahnarzt? Alles super? Oder habt ihr auch Probleme mit eurem Zahnarzt? Dann schreibt es mal rein. Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich durfte mir ja nie einen anderen nehmen, einen anderen suchen. Es hieß immer, einmal da, immer da. Jetzt bin ich ja gezwungen, mir einen anderen zu suchen. Oder ich gehe die nächsten 50 Jahre auch wieder nicht hin und dann habe ich meine Ruhe. So. Keine Ahnung. Das war es auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out, vorhaut. Euer Ramses. Und ciao. Euer Ramses. Euer Ramses. Euer Ramses. Euer Ramses. Euer Ramses. Euer Ramses. Euer Ramses.